können wir dem einfach eine ein moment moment klobedienstete im moment ja die kann man ja unten erzeugen so dann sollten wir hiermit volpertinger mäßigen act fertig sein wir packen die hier rein und legen den schalter um ja okay muss nicht unbedingt ganz an die fix ankommen reicht das jetzt wenn wir die da reingepackt haben ja okay es ist so schwer gute arbeitskräfte zu erfinden und jetzt alles zu deiner zufriedenheit von wegen schau dir mal das ungetüm an das ronny mir da geschickt hat wieso ist doch lustig lustig er hat schuppen und überhaupt das sind doch nicht die hände eines masseurs ist es wirklich zu viel verlangt einen menschlichen masseur mit kräftigen händen und ohne fell oder schuppen zu bekommen ja ist es tatsächlich okay das heißt wir sind nicht fertig okay es geht wieder zurück in die schilderung der ist weg hier müssen wir rüber die müssen wir noch mal rausziehen okay wir machen die hier gleich wieder glücklich kriegst der bund und klauen kriegst du ja aber wir brauchen wohl noch etwas bisschen besseres für den lieben ältesten tun so extremitäten austauschen ohne schuppen austauschen und dann sollte es eigentlich schon passen glaube ich wir werden sehen und ich gehe immer falsch verdammt so jetzt hoffe ich wieder den richtigen richtige data sette in die hand nehmen nicht dass hier auf einmal doch ein few look rumsteht ich habe mein publikum enttäuscht ich fühle mich wie ein bündner keine lustigen accessoires keine lustigen accessoires was sind denn lustige accessoires bitte farbe ist bunt check statur wir brauchen die menschliche statur hier beharrung brauchen ja auch hier extremitäten menschen hände brauchen wir auch hier ich kann maximal das gemüt austauschen aber das ist ja auch doof ja gut ich meine was soll der geiz wird nicht funktionieren aber das ist ja gar nicht lustig also das gemüt muss auf jeden fall bleiben habe ich ja eigentlich gesagt gehabt aber also data sette 2 data sette 3 lustig accessoires ja komm was für accessoires die hier oder was aber dann haben wir trotzdem ja die monster kein wieder obwohl das ist vielleicht gar nicht so schlimm ich meine wir haben ja auch gerade mit den monsterpartoffeln massiert und das hat ihm ja eigentlich auch ein bisschen gefallen zumindest bravo großartig da capo da capo ich wusste da wir haben okay dann können wir jetzt noch mal probieren ob das jetzt für den ältesten unausreichend ist indem dass wir hier die darf der sette einfügen und hier den schalter betätigen und ich immer mehr angst habe dass das viel mehr wie ein few lock aussieht wir werden es rausfinden denke ich und jetzt alles zu deiner zufriedenheit von wegen schau dir mal das ungetüm an das ronny mir da geschickt hat wieso ist doch lustig lustig das sind doch nicht die hände eines masseurs ist es wirklich zu viel verlangt an den menschlichen masseur mit kräftigen händen und ohne fell oder schuppen zu bekommen kräftige hände man ohne witz erstmal den hier mitnehmen was booh ja ich hab's verstanden booh deswegen müssen wir trotzdem zum computer kern die data sette wieder mitnehmen wieder in die chill out zone zum volperdinger generator und hier ohne fell ich muss die statur das ist echt doof wenn ich das jetzt hier so mache gemüt ist ja relativ beharrung hier 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 und die jetzt einfach mal mitnehme die andere haben wir auch okay jetzt runter gehe und dann einfach den lieben vielleicht geht das nicht gleichzeitig wisst du was ich meine so menschliche ding vielleicht braucht ihr halt auch die die bären statur das weiß ich nicht jetzt hat auf jeden fall keine monsterhände und jetzt alles zu deiner zufriedenheit von wegen schau dir mal das ungetüm an das ronny mir da geschickt hat wieso ist doch lustig lustig das sind doch nicht die hände eines masseurs ist es wirklich zu viel verlangt einen menschlichen masseur mit kräftigen händen und ohne fell oder schuppen zu bekommen okay gut das kann jetzt noch ein bisschen dauern habe ich so das gefühl das kann jetzt noch ein bisschen dauern datacette wir werden immer auch das stockwerk wechseln müssen das ist ein bisschen nervig wallpating generator so datacette 2 datacette Nummer 3 so dann mensch jetzt sind wir fast komplett beinand so und zwar mensch kräftig keine monsterhände es ist einfach ein clown und hier haben wir die farbe ist halt anders reicht das vielleicht ich kann es mir nicht vorstellen aber ich lieber probiere ich es jetzt bevor ich ich meine beides gleichzeitig dass wir den lieben un uns ähm den netten Herren beim ältesten trö trö ach idiot hätte den knopf noch drücken müssen es geht wieder rein in den fahrstuhl und nochmal zum computer kern und wir legen den schalter einmal um ok als nächstes probieren wir den den bärenkörper wenn das nichts hilft die hände eines masseurs ja was willst du denn noch ja das wird hier ganz sicher nicht passen und von schau dir mal das ungetüm an das ronny mir da geschickt hat wieso das sind doch nicht die hände eines ist es wirklich zu viel verlangt einen menschlichen masseur mit kräftigen händen und ohne fell oder schuppen zu bekommen menschlich kräftig ohne fell oder schuppen 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 und dann ist der rest ja eigentlich egal wir probieren es so es hilft hier nichts wir müssen es so durch probieren so wir gehen auf jeden Fall runter zum computer kern stecken datasette nummer zweimal wieder hier rein und legen den schalter um das war das war die falsche das war die falsche facette so wird wird zwar wird zwar auch wieder nicht funktionieren aber komm menschlich kräftig und und ohne fell ohne fell oder schuppen schau dir mal das ungetüm an das ronnie mir da geschickt hat wieso ist doch lustig lustig er ist viel zu groß das sind doch nicht die hände eines masseurs ist es wirklich zu viel verlangt einen menschlichen masseur ok können wir die nochmal rausziehen gut wir sind noch lange nicht fertig datasette 1 was kriegen wir denn von dir eigentlich vielleicht die hände eines masseurs ja mal schauen vielleicht gefällt ihm auch die gelbe die ja gelbe farbe nicht ich dachte wir hätten den ersten schon fertig aber wohl nicht da gibt es wohl auch mehrere möglichkeiten wie sein süßes streicheltier auszusehen hat also viel zu groß also die statur hat schon gepasst hier gut dann kriegt ihr wieder die statur das ist richtig beharrung das ist richtig gemüt die werden wir hier brauchen ich denke das kann hier so bleiben extremitäten die werden wir auch hier brauchen ähm farbe lass ich mal ich tue die mal jetzt raus und pack mal die erste datasette hier rein ähm extremitäten so gemüt das 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 ja so bleiben die farbe braun zu gelb ist ja wahrscheinlich eigentlich egal wir probieren es aber fast mal so schauen mal was hier moment 3 1 2 die 1er dürfte es sein der älteste döl dazu sagt nein ein steicheltier natürlich ja bist du irre es ist schön flaut eben fehlen die versuchst okay die farbe muss bleiben ich hab die zobel streifen vergessen mein fehler so dann nochmal datasette 1 und 3 und das war die falsche und 2 meinte ich natürlich und wir tauschen die farben einmal aus und sind fertig soll eben jetzt nein das hätte 1 hier rein was soll das denn sein na ein streicheltier natürlich genau richtig so welch Bonne der ist glücklich dann geht's runter wir legen die hoffentlich richtige diesmal ein so legen den schalter um okay tatz tatz mal schauen ob der liebe herr zufrieden ist ich glaube nicht oder aber auch doch und jetzt alles zu deiner zufriedenheit ja sag mir bescheid wenn die anderen beiden bereit sind okay dann geht's rüber und wir setzen die letzte datacette hier und hoffen dass der her zufrieden ist und dann bin ich es nämlich auch jawohl ich wusste dass ich das zeug zum erfolgsproduzenten habe und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen urlaube zu streichen ja freunde es sind jetzt alle bereits dann geht's doch los mit unserer audience oder